Jo, da sind wir wieder bei Tales of the World und diesmal geht's wieder in den Tower of Ordeal, dem Höllenturm. Und zwar bitte in den... Jo, hier nicht. Äh, diesmal bitte in die richtige Richtung, ja. Da. Ich hab verwollt. Warum? Warum tun die mir das an? Ja. Ein Glück, dass ich diesmal Klaas dabei habe. Der wird's hier so übelst durchrocken, ey. Oh Gott, danke. Boah. Ich liebe dich, Klaas. Du weißt nicht, wie sehr ich dich liebe. So. Weiter geht's. Ja, wenn hab ich noch... Ach ja, bestimmt Wind hatte ich noch dabei. Oh, das wird jetzt so ein Spaziergang hier durch. So, du. Ähm... Ja. Ja. Ah, okay, auf diesem Stock weg, das ist gut. Ja, das bisschen Feuer, das tut mir nichts mehr an. Ach, wenn ich Klaas dabei habe, kann von mir aus jeder kommen. Was kommt wieder? Nacktes Mädel? Jawohl, nacktes Mädel. Wie gesagt, mit Klaas... Ah, 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 ah. Alles in Ordnung. Ah, 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 ah. Danke, Klaas. Du rockst hier die Bude. Was? Ach, Luna. Ja, komm. Laser. She's firing her laser. Und orange gel. Und Feuer. Und Schmerzen. Und roter Bildschirm. Und epileptische Anfälle. Und alles Mögliche. Was? Noch mehr. Zack, zack. So. Undine. Was? Ah, Luna. Okay, Luna dann. Laser! Zieht nicht so viel ab wie Undine. Äh, falsche Richtung. Boom, boom. Au. Mach was. Hallo. Clarky. Tust du überhaupt? Achso, er castet schon. Okay. Sylph. Ach, komm. Was rufst du Link? Was? Volt. Ah, na okay. Das geht auch noch. Aber im nächsten Kampf rufe ich am besten selber direkt erstmal Undine. Weil ab und zu hast du doch keine Lust, Kollege. So, Mint. Einmal durch Nersen. Jo, danke. Und weiter geht's. Ähm, runter. Oh, Arch wird gefangen gehalten. So. Flame Sword. Flame. Flame hat Feuer im Namen. Was könnte wohl die Feuer, äh, die Feuer von Schwäche sein, natürlich. Die Schwäche von Feuer sein? Nacktes Mädchen, natürlich. Denn, jeder der heiß ist, fällt natürlich sofort auf ein nacktes Mädchen rein. Das ist doch ganz logisch. Ach, komm, direkt nochmal. Weil's so schön ist. Wer sieht denn... Welcher Mann sieht denn nicht gerne nackte Mädchen? Äh, Frauen. Ha, 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 ha. Ihr Schwerter hält nichts aus. Wenn Cloth mit nackten Frauen ankommt. Heilst du mich oder so? Magic Mist? Ja, ja. Ich weiß, dass du auf dem Stock weg bist. Und ich hab grad auch keinen Platz für dich, also. Ciao, ciao. Äh, ah. Ich dachte schon, warum krieg ich keinen Schaden? Das sieht böse aus. La, 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 la. Undine. Dum, 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 dum. Jo. Jetzt kommt die ganze Zeit nur noch. Undine. Undine. Wum. Wassersäulen. Boom. Gott. Das rockt ja durch. Mal sehen. Hier oben? Neh, mir schon zu weit. Das ist vierter Stock. Natürlich. Ich lauf genau den falschen Weg. Es gab zwei Wege. Links und rechts. Es gibt... Die Chance ist 50-50, dass ich den richtigen wähle. Was mach ich? Ich nehm natürlich den falschen. Denn 50-50 heißt bei mir 90-10. Und zwar 90 für falsch. 50-50 gibt's bei mir nicht. 50-50 ist nur, wenn die Chancen 10... Äh, 1 zu 9 stehen. Und zwar 1 für falsch. Für normalerweise. Dann ist es für mich vielleicht 50-50. Ich habe kein Rateglück. Mh, 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 mh. Oh, undine. Jupp. So dauern die Kämpfe wenigstens nicht lange. Vor allem sind einfach nur irgendwelche unwichtigen Kämpfe. Mal in einer Attacke tot. Mh, mh. Na, ich spiele eigentlich gerne Magier. Also ich bin lieber im Nahkampf und lieber Halas den anderen dann das zaubern. Ach, es sind sogar drei Wege. Wupp, wupp, wupp. Weil irgendwer muss... Muss ja hier genug haben, die Gegner von den anderen wegzuhalten. Und... CPU ist für gewöhnlich dann nicht in der Lage... Äh, genau die Gegner wegzuhalten, die gerade meinen Magier angreifen wollen. Oh, ihr habt es überlebt. Das ist mal was Neues. Ja, das war es dann. Bauchschmacken durch. Deswegen bin ich lieber dauerhaft im Nahkampf. Denn ich habe genug Hirn, um zu sagen... Ah, was? Das war es schon? Okay. Äh, ich habe genug Hirn, um zu sagen... Nein, du kommst jetzt nicht an meinen Magier ran, der euch gleich mit einem Schlag vernichten wird. Äh, zubi muss ich. Green, ne? Hier. Green, ja. Was gibst du mir dafür? Ja. Wow. Das ist doch mal eine gute Belohnung. Und? Orange kill. Ja, warum auch nicht. Finde ich gut. Wie man sieht, so schnell hätte die Mission gehen können. Nicht erstmal zwei Videos im falschen Stock weg rumlaufen. Nein. Einfach direkt dahin, zack, fertig, boom, aus. So. Susu, willst du Tenebrus minen? Nein, ich will nicht mit denen die Tenebrus minen. Arsch. Ja, grinst mich von der Blöde von der Seite an. Rose. Du hast auch keine Mission. Warum nicht? Circle Light ist im Hunter's Forest. Ja. Ähm, komm. Mint im Old Water Palace. Hm. Na komm, fang mal mit Mary, ob du eine Mission für mich hast. Nein, ich will nicht in die Tenebrus minen mit euch, verdammt. Ich habe was gegen die Tenebrus minen. Die haben mich traumatisiert. Elaine. Hm, nein. Filia. Hm, nein. Nein. Jean. Hm, nein. Sir Leonis? Ja. Hm, nein. Mendel. Und Full Pocket. Hm, ich will mir Full Pocket. So, Excalibur aus dem alten Wasserpalast. Jo. Hol ich doch gerne für dich. So, was mache ich? Es. Oh, ich habe ein Excalibur bei mir. Echt jetzt? Moment, das ist Roots, ne? Tatsache, ich habe wirklich ein Excalibur bei mir. Äh, okay. Hier, kannst du haben. Oh, ich will mal gucken. Das ging schneller als erwartet. Hm, okay. Dann gucken wir weiter. Naja, Polpol. Starn ist ein Tenebrus. Tenebrus. Japanisch. Äh. Äh. Äh, da. Excalibur, Excalibur, Excalibur. Ja, der will auch nichts. Polpol. Nein. Beckecke. Nein. Irgendwer wird doch wohl noch mal eine Mission für mich haben. Äh, ja. Stevia hat sicher keine Mission. Leonis. Glide. Nö. Moment. Ich habe irgendwo einen Help gesehen. Glide. Spaghetti. Zu Sir Glide. Tenebrus-Minen. Sir Glide. Du bist doch selber Sir Glide. Oder nicht? Äh. Hä? Du bist doch Glide. Warum soll ich dir jetzt eine Spaghetti bringen, die du mir eben gegeben hast? Äh. Ich verstehe es nicht, aber ich mache es einfach. So. Nehmen wir wieder das selbe Team mit. Mit. Mitkommen. Jo. Ich weiß nicht, irgendwie kommt es mir ziemlich leise vor. Moment kurz. Ah. Das kommt schon die ganze Zeit so ein bisschen leise vor. Und jetzt kommt es mir ein bisschen laut vor, aber naja, solange mich man noch hört, weiß ich dann fürs nächste Mal. So. Spaghetti to Sir Glide. Sag mir, wo Glide ist, auch wenn du es nicht weißt. Dann bla bla bla. Okay, dann gehen wir einfach Ah, Moment, ich habe vergessen, Job zu wechseln. Ich wollte was wechseln. Jaja, ihr seid eh mit einem Schlag weg. Ihr seid mit einem Schlag weg. Sag ich doch. Moment. Kleidung. Ich will wieder mein Hunter sein. Mein Thief Hunter, oder was auch immer das heißen soll. Und du. Hm. Du könntest auch mal die Nurse ein bisschen trainieren. Ansonsten. Das kannst du hier nochmal alles. Ach, du lernst da sicher noch was geiles drin. Also kannst du ein bisschen Magie machen jetzt. Äh. So, austauschen. Nach hinten. Nach hinten. Nach vorne. Joa. Ja. Ja. Ja.